Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Link's Awakening auf der wunderbaren Switch. Ein Spiel, das mir immer, immer besser gefällt. Auch die Musik. Wir haben also selbst jetzt die Buhu-Figur bekommen und die versuchen wir jetzt nochmal irgendwo an den Mann zu bringen. Ich weiß übrigens nicht, ob sich das irgendwie lohnt oder ob das nur so für mich selber ist. So, ja, ich hatte alle Figuren. Jede einzelne. Da steht's schon. Vielleicht ist das jetzt auch die Hauptaufgabe für heute. Wie beim letzten Mal habe ich erwähnt, dass wir zu Muscheldingeln gehen und... Oh, was habe ich noch verwähnt? Das ist noch gar nicht so lange her. Äh, zum Angeln wollte ich nochmal gerne gucken. Entschuldigung! Au! Zum Glück wird man nicht Tierschläger genannt oder so. Wie, geht nicht weiter. Oh, Bruder. Schlechtes, schlechtes Omen. Zack. Gut, dann gehen wir jetzt mal beim Angeln gucken. Ob da nicht doch noch was geht. Ich bin gegen die Wand gerannt. Wo ist ein... Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo Level 4 ist. Also Palast 4. Das ist nur eine Runde spielen. Ja, ihr... Mit Lammköder. Nur mal gucken. Ob da nochmal eine Flasche versteckt ist oder so. Aber ich zieh hier auf Anhieb... gar nichts. Was? 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 Wir nehmen kurz den Fisch... mit. Denn... haben keine Zeit. Also wir haben Zeit, aber deswegen nehmen wir ihn mit. Oh, wir nehmen den anderen Fisch mit. Wer will freiwillig? Hi. Die Musik gibt es aber auch in einem anderen Spiel, oder? Die hier. Jetzt reicht mir bloß die Leine kaputt. Äh, nee, nee. Guck mal, guck mal. Ich bin... Einen kleinen Fisch. 13, 9 Rubin. Oh, ich hab nicht mal den... 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 den Wert rausgeholt. Verdammt. Gut, dann würde ich sagen, jetzt mal zum... Muschelhaus. Das war nämlich genau... Das war... genau, hier. Muschelbazar. Okay, stimmt. Das war eine doofe Idee, da ein Herz hinzusetzen. Ein Herz. Egal, welches... Ja, doch, war ein Herz. Alter, meine Rubies! Ah, nein, da ist noch ein Rubin gelandet. Meiner. Gut. Ah, da war wieder einer, aber ich kann nicht immer wieder hin und her laufen. Bam, badabam. Ja, was war nur der Satz nach dem dritten Tempel? Ich auch. Ach, nee, brauche ich gar nicht. Mal gucken, ob wir mit 14 Muscheln irgendwas erreichen. Ach, guck mal, direkt nebenan. Oder ob wir erstmal mit den... mit den Pikachu-Stiefeln irgendwie irgendwo cool hinkommen. Nananana, ich hau dich um. Und dich auch. Schild. Ha. Denkst du... Meiner. Hallo. Irgendwie was cooles? Na, obwohl... Das könnte auch 15 sein. Nein, ich brauche nur eine Muschel. Warum brauche ich noch eine Muschel? Die Frage ist, wo gehe ich jetzt noch eine Muschel her? Und wer jetzt sagt... Achso, ich weiß genau, wer mir das sagt, was ich machen muss. Halt, da bedarf ich mir... Weh. Weh. Wow. Das war gemein. Ist hier vielleicht noch irgendeine rum? Hab ich hier schon mal gegraben? Ja, sauber. Komm schon. Was? Wie kann der da hochschieben? Ich kann da hochschieben. Was? Ich bin hier nicht. Der ist hier, der ist hier. Aber ich... Dann wir... Was? Ich bin hier nicht. Der ist hier. Nee, oder ist das ja... Oh Gott. Das ist ein schweres Spiel. Talhöhlen? Äh, Tal-Tal-Höhlen? Höhlen oder Höhlen? Höhlen. Ah! Ja, was wollte ich denn jetzt machen? Ach so, zum Telefonhaus. Aber wie ich sehe, kann ich da doch auch ganz schnell hier langlaufen. Dann machen wir das so. Vielleicht kommen wir dann von hier aus nämlich irgendwie... Aua, Mann, nee, die schießen mich ja dauernd ab. Link, du musst auch manchmal anhalten. Zu viel Geschwindigkeit auf dem Hintern ist nicht förderlich. Sagt schon jeder. Ja, hier Uriera. Mit der Durstgrüße im Südosten, die ohne Seifer und links. Im Südosten wirst du etwas hinderst, das nur einen Wunderschlüssel nennt. Muss ich noch deutlicher werden? Okay, muss ich dir noch einen heftigeren Hinweis geben, du Lusche? Alles klar, habe ich verstanden. Was in der Hölle? Was ist das denn? Ich will hier hin. Wie komme ich da am besten hin? Von hier aus, okay. Zack, 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 zack. Alles klar, los. Nee, hä? Da komme ich doch nicht durch. Von hier oben? Kann ich da rüberhüpfen? Hier so? Nee, da brauche ich den Enterhaken. Um mich rüber. Okay, dann... Ostwüste. Doch, das hier unten. Na dann. Dann würde ich mir aber doch mal porten. Dann war ich ja sogar gerade schon halbwegs richtig... Dann gehen wir halt doch im Story-Verlauf. Wenn diese Schweine mich noch einmal angreifen, dann setzt es aber ein paar heiße Ohren. Hier, du da. Schade. Durstwüste. Das klingt... Das klingt gut. Ich finde, das ist ein richtig cooler Name. Ein richtig cooler Name. Link läuft hier rum. Ich bräuchte auch mal irgendjemand zu beschwimmen. Oh, hier muss man... Da kann ich mich noch daran erinnern. Da muss man irgendwann mit dem Geist reinlaufen. An mehr kann ich mich nicht erinnern, aber so ist es. So, aber jetzt die Frage. Was tun? Südosten. Ja, doch. Und links. Ich bin aber auch dumm. Südosten ist unten rechts. Oh, bin ich hart. Dumm. Boah. Südosten. Ich bin's im Kopf durchgegangen. Alter, gibt's hier ne... Muscheln. Grab doch. Warum gäbe ich sie da nicht? Link, wirst du bescheuert? Link, du Trottel. Hüpf mal da rum. Deine Frage ist, wie komme ich zur Durstwüste? Ah, guck mal da. Link. Ja, komm schon. Eine Muschel. Eine Muschel. Hier. Warum kann der nicht überall graben? Das nervt mich. Was ist... Achso. Okay, er kann überall graben. Ich bin nur zu doof. Guck mal, da würde ich auch gerne an jedem dieser Punkte mal probieren zu graben. Das mach ich jetzt auch einfach, weil... Weil ich so treffsicher bin. Da oben, bei der alten ist auf jeden Fall eine Muschel. Ja, eigentlich will ich nur Rubine sammeln. Tadad. Das ist die Wüste. Oh, was ist denn da? Oh. Stimmt. Uri'ra! Ich brauche Hilfe! Uri'ra, Hilfe! Nee, nee, nee. Zack! In der Durstwüste werde ich im Südosten. Nie ohne Seife. Unten rechts. Der unser sekt, wirst du haltest ein Wunderschlüssel. So. Wo könnte man denn schon... Was zum Tauchen finden... Ah, ich laufe jetzt einfach mal da so lange und guck, wo ich lande. Mein Gott! Jetzt bin ich wieder da, wo ich andauernd bin. Hier, miesen Schweine. Uh, ein Fünfer. Oh, da komme ich ja gar nicht durch. Aber durch die Höhle komme ich. Ha, ha, ha. Hey, in der Folge haben wir ja bis jetzt eine Sache geschafft. Zwei Sachen. Wir haben die Muscheln weggebracht. Und wir haben die Buchufigur weggestellt. Wir sind krass fortschrittlich hier. Jetzt gehen wir hier. Alter, jetzt sieht es doch gut aus. Da muss ich bestimmt nicht schwimmen. Oh, verdammt, da muss ich doch schwimmen. Ah, da, guck mal, da ist eine Treppe. Vielleicht kam ich ja da weiter. Na, da mit dem Baumstamm. Aber die Treppe sieht aus, als könnte ich auch da mit dahin kommen. Und das hier ist jetzt der Weg. So, komm, jetzt kann ich da rüberhüpfen. Oh, mein Gott, ja, Max, du bist so gut. Also, nicht wirklich, aber... Endlich, jetzt geht ein Fortschritt. Zack, 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 zack. Okay, daneben. Was ist hier? Oh, Eule. Uhu, mein ich. Uhu. Komm doch her, wenn du mit mir reden willst. Zwei Schreine, einer im Norden von hier, der andere im Süden. Geh erst nach Süden, wo die alten Ruinen vom Windfisch erzählen. Die Reise lohnt sich bestimmt. Nach unten, also soll ich mir unten bestimmt die Flossen holen. Da bin ich gespannt drauf. In Minish Cap die Dinger zu besteigen war voll cool. Oh, locker eine Muschel. Was? Das ist enttäuschend. Hör auf, dich zu bewegen. Lauf doch nur mal ordentlich, Link. Link, was machst du da? Hör auf. Nein, du bist kein Pferd. Oh, meins, 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 meins. Ey, Zwergenbucht. Nein, lauf. Oh, wenn du doch nur mal loslaufen würdest. Und dich 100 Jahre für den Start braucht. Lauf damit, du, du sa... Oh, was, kann ich das schieben? Heben. Oh, wow. Ich hab das kaputt gemacht. Warum wächst du so ein... Iiiiih. Puldeibel. Kommt einfach so ein Vieh raus. Nein. Ja. Ich hab ein Schnabel. Und der Brück ein Geheimnis, lange Leben. Nummer 15, Leute. Beim nächsten Mal. Wenn wir da sind, gibt's bestimmt was. Ja, 200 Rubine, bitteschön. Nein. Ich wollt... Oh, die Kiste kommt immer wieder, hä? Das wollte ich nicht. Hä? Hey du, gib mir deinen Flossen. Oah! Das ist aber nicht so nett. Oh, zack. Oh, mein Gott. Jetzt glaub ich aber auch in alles rein. So, dann mal hier lang. Oh, wir sind im Tierdorf. Oh, guck mal. Ich mach deine Einrichtung kaputt. Hier müssen wir mit Marin hin, damit unten das Walross weggeht. Das weiß ich. Weil das ist eine Sache, die ich als Kind nicht wusste. Oh, das ist belastende Musik. Ich will das nicht hören. Aufhören. Oh, ja, gut. Sehr schön. Zack, dann gehen wir... Dann machen wir hier jetzt erstmal Muschel. Obwohl ich mal gleich, ob wir mit Marin reden können. Also, ich guck mich noch ein bisschen im Zoodorf um. Und dann, Marin. Yeah. Ah, daneben. Oh Gott. So, jetzt hier. Jetzt belohne ich... Belohn nicht... Volltreffer. Oh, 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 oh. Oh, Lootbox. Und? Was macht denn das? Ein Muscheldetektor. Er zeigt dir... Das ist irgendwie... Das ist okay. Wie er zeigt mir das? Ein Such... Piept der dann einfach. Wenn der jetzt die ganze Zeit piept, dann... Werde ich aber stinkig. Geh weg. Nein. Zoodorf, ich komme. Gucken wir mal da. Also immerhin, dass wir das Walross finden. Ich habe heute mit einem Handbohrer... Äh... In Kastanien rumgebohrt, damit wir daraus Ketten im Kindergarten machen können. Und ich habe mir in die Hand gebohrt. Also... Aua. Das war nicht so schlau. Es ist passiert. Es war nicht schlau, aber es ist passiert. Nein. 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 Das ist keine gute Musik. Doch. War es auch. War auch okay. War lustig. Aber nichts, was ich mir lange anhören kann. Da ist das Walross. Alter! Irgendwo ist eine Muschel! Gib mir deine Muschel. Ach, bestimmt da oben. Oh! Nein! 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 Och, Mann! Nein! Es ist eine Muschel! Nee, reicht nicht. Gut, da müssen wir mit Maren nochmal herkommen. Ach, wir lassen doch Carina da. Ich finde die sowieso geil. Oh, eine Bombenwand. Aber ich würde sagen, was da ist. Oh, wir können hier hinterher noch gucken. Ein Schatz vielleicht. Das Herzteil, das ist doch ein gelungener Abschluss für diesen Part. Jawohl. Vier Herzteile. Ja, damit haben wir einfach schon neun Herzen. Beim nächsten Mal gucken wir, was sich hinter dieser Wand verwirkt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss.